Die zu veräußernde renovierungsbedürftige Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Lichterfelde. Das im Jahr 1901 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 160.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.